Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann strebt keine dritte Amtszeit an. In einem Interview mit der Badischen Zeitung sagte der 68-Jährige, er werde dann ziemlich sicher mit der Politik aufhören. Seine eigene singuläre Stellung als bislang einziger grüner Ministerpräsident sieht Kretschmann indessen zwiespältig. Zum einen gäbe es ihm zwar einerseits viel Freiheit, andererseits wünsche er sich manchmal, mit zwei oder drei anderen Ministerpräsidenten eine Gruppe bilden zu können und sich abzusprechen. Am Dienstag hatte Kretschmann in Stuttgart bezüglich der Auseinandersetzung im Bundesrat um ein neues Erbschaftssteuerrecht mit Sicht auf die grüne Bundestagsfraktion erklärt, es sei ein perspektivischer Unterschied, ob man Regierungsverantwortung trage oder nicht.